Oh, du siehst wirklich zum Verlieben aus. Ist der süß. Von wem hast du den? Er ist von Jason. Jason ist ein Freund von mir aus Los Angeles. Wir haben uns letzten Sommer kennengelernt. Jason, das ist Cindy, Lonnie und Sharon. Das hier ist Jason. Der Spender, das kann ich nicht hin. Das freut mich. Hi, Kelly. Wie geht's dir, Schatz? Was fällt dir eigentlich ein? Sieh an, sieh an. Sieh mal an, was an den Strand gespült wurde. Dean Ramsey, das ist... Ja, ich weiß. Wir kennen uns. Wir sind alte Freunde. Nicht wahr, Jason? Wie geht's denn so, Kumpel? Was soll denn das ganze Theater? Kelly, Kelly. Na komm schon, mach deine Geschenke auf. Komm mit. Komm mir nicht in die Querefatzke. Sie gehört mir. Sie trägt noch keinen Ring, oder? Schwer von KP? Ihr Bruder ist mein Sinside. Sie ist bereits versprochen. Und zwar mir. Du bist hier überflüssig. Das werden wir schon sehen. Und dieser Blödmann, der wusste nicht, was mit ihm geschieht. Er war eine richtig feige Sau. Sag mal, regnet es oder was? Oh Mann, die Torte ist fast alle. Ich hol mir schnell noch ein Stück, ja? Lass mich in Ruhe dienen. Und du kannst mir aus dem Weg gehen. Ich habe dir doch gesagt, du sollst verschwinden. Oh Mann. Das war alles richtig. Ich hätte nicht auch gelungen. Ich wollte nur ein bisschen Spaß haben. Hör auf da mit denen. Tu ihm nicht weh. Hörst du das, Quatske? Sie weiß, wer der Beste ist. Hör auf! Hör bitte auf! Mach das zu weh, Krams! Jason! Jason, warte, bitte! Jason, hör mich bitte an, es tut mir leid, ich hatte keine Ahnung, was... Ja, keine Ahnung. Glaubst du wirklich, dass ich mit ihm etwas... Doch, was soll ich denn sonst denken? Ach, du siehst das alles ganz falsch. Du machst alles nur noch schlimmer, Kelly! Jason, so kannst du nicht wegfahren! Aaaaaaah! Mach damit, die! Tu ihnen nicht weh! Hörst du das, Fatzke? Sie weiß, wer der Beste ist! ! Aaaaaah! Vielen Dank.